Eine wichtige Formatierung von Absätzen ist die Nutzung von automatischen Aufzählungszeichen und Nummerierungen. Die sollst du nun an einer Stelle im Text anwenden. Suche dazu die Stelle, an der die Abbildung 3 eingefügt werden soll. Oberhalb dieser Zeile befinden sich vier Absätze, die nun mit Aufzählungszeichen versehen werden sollen. Markiere die Absätze, indem du im ersten Absatz den Cursor setzt, die linke Maustaste drückst, sie gedrückt hältst und den Mauszeiger bis zum vierten Absatz ziehst. Du musst nicht den gesamten Absatz bzw. die gesamten Absätze hier markieren. Es reicht, wenn zumindest ein Teil davon ausgewählt ist. Wir nutzen hier nicht den Formatierungsdialog, sondern einfach das eigentlich immer vorhandene Werkzeug, das hier in der Werkzeugleiste zu finden ist. Es gibt zwei sehr ähnliche Symbole, das eine für die Aufzählung, das andere für die Nummerierung von Absätzen. Durch Klick auf das Symbol für die Aufzählungszeichen werden die Absätze nicht nur mit einem Aufzählungszeichen versehen, sondern die folgenden Zeilen werden auch so eingerückt, dass du links eine glatte Kante hast. Ob der rechte Rand glatt ist oder nicht, hängt von den anderen Absatzformatierungen ab, die man hier ja auch in der Werkzeugleiste einstellen kann. Sitzt der Cursor in dem Text mit der automatischen Aufzählung, So erscheint üblicherweise eine weitere Werkzeugleiste, die Einstellungen für diese Formatierung anbieten. Es kann durchaus auch vorkommen, dass diese neue Werkzeugleiste hier oben erscheint. Unter anderem kann man so einen Punkt eine Ebene tiefer setzen und ihn damit als Unterpunkt zu dem ersten erkennbar machen. Um am Ende oder auch in der Mitte einer solchen Aufzählung weitere Punkte einzufügen, setzt man einfach den Cursor an das Ende der letzten Aufzählungszeichenzeile, also hier, und drückt die Return-Taste. Es wird automatisch eine neue Zeile eingefügt, die wiederum ein Aufzählungszeichen besitzt. Nun kann man weiteren Text hinzufügen. Willst du einen Absatz ohne diese Formatierung haben, so kannst du nun einfach in der leeren Zeile noch einmal die Return-Taste drücken und das Aufzählungszeichen verschwindet. Das gleiche funktioniert natürlich auch, wenn man Text in dieser Zeile hat, indem man nochmal das Werkzeug hier in der Werkzeugleiste anklickt. So kann man die Aufzählungszeichen an- oder ausschalten. Falls du hier etwas ausprobiert hast, mache die Änderung wieder rückgängig, indem du etwa den Text löscht oder mit dem Kurzbefehl SDRG plus Z oder natürlich mit dem entsprechenden Befehl in dem Menü bearbeiten. Die Benutzung der automatischen Nummerierung funktioniert genauso wie die Aufzählungszeichen. Das Besondere ist hier, dass egal an welcher Stelle man einen neuen Punkt oder einen neuen Absatz einfügt, immer die Nummerierung automatisch angepasst wird, was sehr praktisch ist. Wie auch bei anderen Formatierungen kann man hier einige Einstellungen vornehmen, allerdings ist das nicht sehr einfach und ist daher etwas für Fortgeschrittene. Falls es dich interessiert, kannst du dir das zusätzliche Video zu diesem Thema zu Hause anschauen. In unserem Übungstext lassen wir das Aussehen der Aufzählung so, schieben diesen Punkt aber noch eine Ebene tiefer. 8 Jahre